Guten Morgen liebe Yogis und herzlich willkommen zum 18. Türchen unseres Yoga-Adventskalenders. So weit sind wir schon gekommen und nur noch ein paar Tage des Adventskalenders liegen vor uns. Und heute habe ich mal ein Video für euch. Ist ein bisschen anders als alle Türchen, die wir bisher aufgemacht haben. Und zwar ein Video zu Twists und Drehungen. Und zwar sind Twists so wunderbar, weil sie unsere Verdauung unterstützen, ein bisschen die Entgiftung fördern und die Muskulatur im mittleren Rücken lockern und entspannen. Man kann dabei wunderbar abschalten, ein paar Minuten sich rein spüren und den Alltag hinter sich lassen. Also wenn du so weit bist, dann schnapp dir deine Matte, dein Wasser und los geht's. Wir beginnen mit Sitzen auf der Matte. Finde einen bequem aufrechten Sitz für dich, der für dich angenehm ist. Richte dich lang in deiner Wirbelsäule auf. Schließ deine Augen einen Moment. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Komm bei dir an. Heb einatmend deine Arme über die Seite, Schulter weit nach oben. Dreh ausatmend über deine rechte Seite. Deine rechte Hand geht hinter dich und deine linke Hand auf dein rechtes Knie. Blick über deine rechte Schulter. Schieß deine Augen, wenn du magst. Bleib ganz lang in deiner Wirbelsäule. Du musst mit deiner rechten hinteren Hand nicht den Boden erreichen. Versuch hier lieber lang aufgerichtet zu bleiben und die Drehung in deiner Körpermitte wahrzunehmen. Lass dein Atem fließen. Lass deine Schultern entspannt. Lass den Alltag hinter dir. Günde diesen Moment, einfach nur bei dir zu sein. Und bring ganz langsam mit deiner nächsten Einatmung. Deine Arme über die Seite, wieder nach oben, auf Schulterhöhe. Bleib noch einmal ganz lang in deinem Rücken und in deiner Wirbelsäule. Und dreh ausatmend über deine linke Seite. Deine rechte Hand geht auf dein linkes Knie und deine linke Hand geht hinter dich. Du musst auch hier den Boden nicht erreichen. Blick über deine linke Schulter. Bleib ganz lang in deiner Wirbelsäule, als wenn du an einem Faden nach oben gezogen wirst. Nimm die Drehung wahr. Geh nur so weit, dass sie sich gut anfühlt. Lass deine Gedanken einfach ziehen. Konzentrier dich nur auf deine Atmung. Den Atem, der durch deine Nase strömt. Die sanfte Drehung in deinem Körper. Lass alles andere los. Und dann bring mit deiner nächsten Einatmung langsam deine Arme über die Seite, wieder nach oben. Und senk ausatmend deine Hände Namaste vor dein Herz. Und bedanke dich bei dir und bei Yoga für das wundervolle Geschenk, das du dir gerade gemacht hast. Namaste. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und bis morgen. Ich freue mich, dass du dabei bist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020